Alles auf hoher Qualität. Schmeiikt! Hab dich eingeladen. Ja, und bist du denn da? Bisschen fischig unterwegs, naja, let's go. Tatsächlich, Toy Stars in mein Club. Du, Alter, viel zu dich geehrt, oder? Ja. Kannst du einfach loslegen hier? Warum hast du eigentlich einen toten Fisch oben? Der lebt noch. Gegen Finnland? Fisch gegen Finnland, na klar. Ich hol dir mehr. Du hast Anstoß. Darf ich? Hab ihn getroffen. Oh! Wer war das, fand ich jetzt schon ziemlich stark. Ah. Ah, Klaus. Nice. Schöne Vorlage. Schöne Vorlage. Schön, dass du ihn gezimmert. Und? Stark. Schön. Ah, easy. Ja, fast. Hab ich fast noch gekriegt. Und... Ah! Guck mal, halbes Jahr zu spiel. Guck mal, warum musste der jetzt nicht reingehen, weißt du? Der hätte doch auch einfach mal reingehen können, doch. Der war so schön. So schön. Aber der war auch schön. Starke Parade von Tor jetzt da. Ja, oder nicht? Ja, ja, ja. Klaus. Klaus, ne? Na schön. Alter, was machen die? Die bringen das Ding selbst nach Hause. Die sagen so, das ist der Ball, der geht jetzt nach Hause, der muss schlafen. Bei Müdi, bei Schlafi. Ja. Starke Vorlage. Ich hab ihn nicht berührt. Ich weiß. Ich hab mich verschätzt. Sag mal, kannst du mich mal nicht schieben? Ah, schön. Die wollten es unbedingt. Die wollen es ja nicht anders. So, jetzt Anstoß-Tor noch 6-1. Let's go. Fisch. Gewinner. Gewinner! Und es sind keine Premates. Woher willst du ja wissen? Weil die keine grünen Symbole vor ihrem Namen haben. Parade, ja klar. Hä? Loll? King! Tor für Tobisdor! Er ist das Tobisdator. Ja, da war's. Da hab ich schon gewusst, dass der reingeht. Hast du ein gutes Tor gemacht, Tobi. Ja. Ich hab mal schön vorbeigesprungen. War stark. War aber gut. Ja, ne? Hast mir grad den Huni geklaut, ne? Ja, dafür hab ich jetzt ein Tor gemacht. Ja? Ja, hast du? Komm gleich mal. Ach so. Ah ja, jetzt se ich's. Was nicht is... Kann ja nur werden. Tor ist doch... Ja... Jack with Park. 100% vegan. 100% vegan, nice. Da seh ich mir. Das ist Spiel gegen Fische. Also wenn sie uns ja zerstören, haben sie Fische getötet. Ich weiß nicht, ob sie das wollen. Uff. Wollt Tobi ein Tor lassen. Ah, hab ich auch gemacht. Boah, dann haben wohl die Proteine gefehlt bei dem Veganer. Ja. Er hat das Gefühl, dass er im unkompeten- unkompeten- umko- oh. Was? Schlaganfall oder was ist los? Ist der rechts, Naito? Ah, ja, mach ich doch, der war zu schnell, der war zu schnell. Schönes Ding, schönes Ding. Wie er wieder zielen wollte, wie er wieder zielen wollte. Ja, was heißt zielen wollte, ich wollte den halt safe reinmachen, ne? Der sollte halt nicht auf der Strecke bleiben. Oh, wie er ankommt, wie so eine Schlange. Ah, fasst er noch dran gekauft. Der fährt, der fährt, der fährt, der fährt, der partyboost und, und. Ja, komm wie close. Ja. Ja, gg. Alla, tu bist du erklärt aufs Sagen. Ne, ja, das war richtig knapp, aber ich hab's geschafft. Einer Ding, oh, schönes Teamplay. GG. Jetzt hast du den von den Hosen schon wieder zerstört. Ja, so erkennt man's. Und gleich den hole ich mir wieder da. Tobi hab ich zerstört, wie süß. Weißt du, wer das Tor gemacht hat? Ja, Tobi ist da. Ja. Ja. Einmal spiel ich überhaupt noch mit dir. Hast du echt ein Tor gemacht? Ja. Oh. 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 Das war sowas von nicht geplant. Einmal durchgedrückt. Schönes Tor von Tobi ist da. Aber wie ich denn gegeiert hab. Achte auf mich, achte auf mich, wie ich da gebremst und geguckt und gegeiert hab. G, zu dem G. G, zu dem G. .